dieses video ist legendär freunde ich will mal kurz reinschauen bis hin in den toti hype ach du scheiße deswegen muss ich jetzt ganz ganz schnell wieder abnehmen freunde und darf nicht weiter fressen ich will endlich ein sixpack haben mann ich will endlich ein sixpack haben mein personal training mit dem remo ist jetzt auch vorüber das ging nur drei monate und davon war ich ja leider einen monat krank ich muss wieder voll reinkommen digger ich muss wieder voll 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 reinkommen ich fand dein zimmer dort geiler war natürlich ein ganz anderes das war halt noch gaming room jetzt ist es ja auf schlafzimmer und ganz clean angelehnt sehr zwei komplett verschiedene paar schuhe theoretisch aber ich weiß was du meinst ja und in diesem back opening steckt kein cent drin das müsst ihr euch mal überlegen schatzes um da lassen freunde checkt die tesis aus der link ist in der beschreibung checkt broski steckt stein hier aus die gesamte crew es war nicht ein cruise wie er geplant hat aber ich glaube wir haben das beste draus gemacht ich wünsche euch verdammt verdammt viel spaß freunde mit dem best of genießt es da war ich auch noch baby popo ne hey wie krass ich mich verändert habe let's go ich brauche wieder ein pack ich brauche wieder ein pack intro oder eins wenn ich wieder ein pack intro mehr reinmachen soll freunde für vgo da schreibt einer von meinem kanal ich bin postio was geht noch in gaming ja safe wie denn scooby doo ist postio das war mir kein glaube ich nehmt jetzt die leitlinge oder wie sehe ich denn aus ist mein wichtiger dann kannst du dich um deine kümmern also ich sehe jetzt schon besser und gepflegter aus oder wer hätte mir mal sagen können dass ich aussehe wie ein fetter hund rein da rein da jetzt rein da jetzt bitte jesus bitte vamos vamos let's go doch da ich habe immer belief ich habe immer belief ich habe immer belief freunde ich habe immer belief ich glaube wenn alle in den pack sind kommt jeden tag kava karl super kommen freunde kommen freunde rein da rein da rein da rein da rein da ich habe 86 übrigens 86 müssen uns merken was habe ich doch immer gemacht ich sehe jetzt schon besser aus oder ist es noch kein walkout kein walkout ein pappi churro walkout ich habe doch keine eigene und im sieben finden wir ein scheiß mbappé die aber uns muss auch so lange mal wieder 80 wie anders die goldkarten auch schon wieder aussehen der tod ist im lang her jetzt kommt der freundes ist also ich verspreche es euch wir haben immer einen walkout gekriegt ich weiß wenn man auch wieder walkout in form neymar 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 neymmm oh dieser wichser dieser wichser merdgeauss naim jungen wie ich aussehe in 30 es kam toti ehrenerwähnung 5 toti nominikati bekommen herzlichen glückwunsch Klasse eins ist tot wenn die auch lila sind ne komm rein 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 ach du scheiße jo bitte nicht Digga bitte nicht oh mann darf hier denn schon wieder wahr sein komm rein da rein da rein walkout da bei dem schon wieder Ja, bring mir doch nix, Digga. Deutsch. Guck, die Gischti. Die FIFA Point Packs haben nix gebracht. Ah, das waren Ligen Packs. Und dieses Jahr sollen keine Ligen Packs kommen? Das wär Kämpf. Kämpf. Schicksalspack. Mit Coins. Ich bin stärker wie du CR7. Ja, ich ruf mal kurz Posten zurück, weil das ist echt nicht er. Da ist wirklich jemand in meinem Account drin. Ich bin mental stärker. Männer ist raus. Mirkan ist es. Mirkan ist es. Ganz stark, Mirkan. Ganz starker Move. Ganz starker Move, Mirkan. Scheiß Türk, Alter. So ne Scheiß Türk, Alter. Mirkan war der stark. Der Scheiß Türk, Alter. Wirklich, Mirkan. Geh weg. War der stark. Mirkan fühlst du momentan wieder zu wohl bei mir. Ich bin zu nett. Da hab ich mir grad angefangen, die Haare wachsen zu lassen. Für den. Dieses Video hier, Freunde, ist unter... Auf. Oh, walk out. Lila! 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 Brasilien! Heißmaul! 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 Welche nicht mehr bei Display. Doch, ich bin immer noch mit Display verpartnert. Auf jeden Fall. Beste Metallposter, aber... Ich hab jetzt keinen Bock meine eigene Werbung anzugucken. Ich sag doch, ich werd ein Ziehen! Let's go! Let's go! Schatz! Vollzimmer. Oft, ne? Bitteschön. Lila! Ach du Widerling, Alter. Da drück ich nix von meinen Mund. Ist es so weit? Was war's für ein Pack? Ligen Packs. Wir müssen auf jeden Fall auf die Ligen Packs warten. Warte mal, aber waren da alle zu ziehen? Ich würd aber fast sagen, das sind auch zwei verschiedene Spieler, Digga. Da liegt jetzt ein Stürmer, kann auch ein Zehner, aber ich sag so ein Kanton. Jetzt ist es soweit! Ja! 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 Benji sieht mittlerweile definitiv extremst attraktiv aus. Ich verspüre durchaus einen gewissen Druck in meiner Lenden-Gegend, wenn ich mir dieses absurdes Abbild länger anschaue. Wunderbar! Ja! 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 Das wusste, was passiert! Bruna! Ja! Einer meiner Lieblingsclips jemals gewesen! Ja! Oh mein Gott, Freunde, dickes F in den Chat. Oh mein Gott, aus dem Upgrade-Fact, während dem Schreien dachte ich, scheiße, es ist ein scheiß Nomini. Und dann dachte ich, es ist Ronaldo. Aber die Animation sieht anders aus. Ich hoffe, die hauen Ligen-Packs raus. Meint ihr, da waren alle zu ziehen? 50.000? Weil wir haben ja nur Mittelfeldspieler gezogen. Was ist denn das für eine Scheiße? Aber das war am 30.01. Kabachal 86, Kabachal 86, Baby. 50.000 Packs. Komm schon, komm schon. Wer macht schon, bitte? Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist gezogen? Ähm, die Schnauhe sind weg. Was ist das? Das sind wieder Lightning-Rounds, wieder nichts gebracht. Die bleiben nicht. Lightning-Rounds waren wieder nur Scheiße. Oh mein Gott. Digga, schlau. Oh, die Dörle. Zieh am Band. Zollkreis. Oh, hör auf du. Digga, das ist der Weg. Oh, Walkout. Das ist KDB. Ah, das ist das Ding. Das ist andere mit Weiß war da drin. Weiß. Das ist KDB. Das war das beste Back-Opening ever. Ich schwör. Digga. 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 Ey, Mensch. Sie vermisse ich die Jungs schon sehr. Das war so, so lustig. Digga, Mann. Oh Mann, was ein legendärer Moment. Aber das war doch voll komisch. Oh, mich ist erst so schwindlig, Digga. Ich hab gar kein Auge gelegt, aber war es nicht komisch? Digga, hast du Auge gelegt? Hab ich gar nicht. Ne, ich muss die Animation mal fertig und ihr legt schon Auge. Aber warum war das Thema da drin? Das ist wahrscheinlich so. Das wusste ich doch gar nicht. Vorhin ist einer reingeschrieben, denn das ist was anderes. Ich gönne dir das 100%. Ja, Gunners. Ey, ich hab's nicht so geglaubt. Ich hab's nicht so geglaubt. Ich hab's nicht so geglaubt. Ey, Bro. Oh mein Gott. Weil ich das so gegönnt hab, könnte ich eine Haare besser machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist los? Ey, das ist das Schlimmste aber wirklich, dass ich immer versucht hab, meine Stirn zu verdecken. Ohne Witz. Ich fühl mich viel, viel wohler jetzt so, wo ich einfach meine Riesenstirn halt so zeig und die nicht nach vorne abdecken muss. Weil dann immer wieder diese Löcher und sowas gezeigt werden. Wirklich. Das Bild erinnert mich grad am 8. Oh mein Gott. Letztes Jahr. Achso. Und schon muss man uns wohl fragen. Fage Haare auf Vogelnester im Rocken. Ja, das sah auch scheiße aus. Aber da hab ich halt die Haare wachsen gelassen. Das war das Jahr. Ich hab ja die Haare wachsen gelassen, weil ich wollte lange Haare haben. Deswegen sah es halt auch so aus. Es ist halt einfach eine harte Phase zu der Zeit. Es ist halt einfach eine sehr, sehr harte Phase. Aber so muss es halt gewesen sein. Nee, Digga, dass ich hier die ganzen Toadys ziehe, ist wie... Nur bei euch ziehe ich die Toadys. Letztes Mal auch. Stimmt. Nur letztes Mal auch. Sieht da auch. Krank, Digga. Bei Steini auch 20k am Start. Macht euch auf jeden Fall den Squad Stream an. Ganz, ganz wichtig. Macht euch den Squad... So haare ges... Hey! Das ist noch einer! Nein, nein, das ist das schreckiges... Jaaaa! Jaaaa! Wie keiner... Wie sie sich gar nicht mehr gefreut haben. Die dreckigen Dreck-Säcke. Wirklich. Diese dreckigen Dreck-Säcke. Wie am Anfang noch voll abgegangen. Und da... Guck mal. Jaaaa! 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 Oh mein Gott! Die dreckigen Dreck-Säcke. Jaaaa! Hä? Was ist denn das, Digga? Was ist denn da los? Katsching! Katsching! Oh, wie schön das klingt! Katsching! Katsching! Ich will nie wieder dahin und so, so viel auf den Knochen haben, ne? Nie wieder will ich so fett werden. Guck mal... Das ist der Account! Darauf hab ich gewartet, Freunde! Äh, ich hab mit den Jungs schon mal gequatscht, aber ich will erstmal nochmal mit denen persönlich quatschen, mich mit denen treffen, vielleicht vor Ort in Deutschland oder auch über Discord, bevor wir erstmal... Bevor wir wieder ein Video aufnehmen, ich will erstmal nochmal dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Also jetzt zum Toti wird's höchstwahrscheinlich nichts mit den Jungs gemeinsam geben, Jungs. Darauf hab ich gewartet, Baby! Vamos, Papa! Jungs, haut den Honigtopf in den Chat, Mann! Das war die Honigtopfzeit! Da lief's eigentlich auch schon nicht so gut mit den Klicks, ne? Aber wenn ich dann sehe, das hat einfach 400.000 Aufrufe im Nachhinein. Krank! Let's go! Digga, ich hab heute mein Lack ausgeschöpft, sag ich dir wie's ist. Icon noch gezogen. Ah! Jobfest! Ach, das war ein Icon-Pack. Was? Neunziger Fest! Wuuuuh! Wuuuh! 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 Das war wirklich... So viel Pack-Lack hatte ich noch nie an... Steck! Hier, ey! Guck mal! Ihr könnt, wenn ihr wollt! Bratelt gerade rein, Digga! Komm! Ich hab noch nie so viel Pack-Lack an einem Tag. Ich hab's einfach nicht mit meinem Griff. Ich kann nichts dagegen tun. Aber wenn du den jetzt ziehen willst, könnten wir den morgen in unser Video reinmachen. Ja, deswegen ein bisschen... Mit Coins, die hat er schon ertradet. Mit Coins geöffnet, oder was? Ne. Immerhin habt ihr euer Studio-Schule-Tortium mit sich eingerechnet. Das sieht gut aus. Danke, Elman. Ich kann... Da fehlt noch einer, oder? Wir haben ja vier Stück gezogen. Un-Trade-Sau! Hey! Au! Dankeschön! Nummer vier! Abgifts! Walkout! Das ist einer! Das ist die Nummer vier! Das ist die Nummer vier! Trader-Man! Ah! Ein Trader-Man aufgezogen! Ah! Ein Trader-Man aufgezogen! Sehr, sehr geil gewesen! Sehr, sehr geil gewesen! Das ist das... Also!